Ich meinte, nach zehn Jahren Beziehung ist es das erste Mal, dass ich ihr ein Tor gewidmet habe. Ich bin schwanger. Nein. Ja, meine Frau ist schwanger. Wir erwarten unser zweites Kind. Und von daher war es eine Widmung für meine Frau, dass sie das jetzt wieder durchmacht. Es ist ausgerechnet im April. Also habe ich schon noch Zeit gehabt. Aber der Zeitpunkt hat eigentlich ganz gut gepasst. Ja, sie hat sich gefreut, klar. Sie meinte, nach zehn Jahren Beziehung ist es das erste Mal, dass ich ihr ein Tor gewidmet habe. Habe ich gesagt, nicht wirklich. Es war ja für unser Baby. Aber gut, es war auch ein Stück weit für dich. Und da hat sie sich gefreut.